Wer ist das? Mary Laidlaw. Hat gerade lebenslänglich hinter sich. Sie hat ihren Mann mit einer Axt getötet. Es gab viele Geschichten über sie. Bloody Mary würde uns holen, wer wir nicht artig sind. Könnten Sie bitte die Tür öffnen? Ich hab versucht, sie zu erreichen, aber ihr... Das Telefon ist tot. Ich muss Ihnen eine Fußfessel anlegen. Haben Sie Kinder? Hi. Ich rede nicht über mein Privatleben. Wieso wohnen Sie noch in dieser Stadt? Keine Mutter möchte ihr Kind bei Fremden wissen. Das ist nicht richtig. Luke! Luke! Mary Laidlaw hat ihr Grundstück verlassen. Sie kommt zurück. Zwei Kinder sind weg. Was hier oben abging damals war krank. 30 Jahre in dieser Haut. Ich habe damit nichts zu tun. Verschwinde! Die Alraune. Ihr Vater war ein Mensch. Ihre Mutter ist die Erde. Messer runter! Messer runter! Sie können es haben, wenn Sie wollen. Es liegt ganz an Ihnen. Sie können es nicht überrascht. Sie können es überprüfen. Sie können es nicht überprüfen, wenn Sie es für dich Patreon.